Diese Bilder zerreißen einem das Herz. Mehrere neugeborene Hundewelpen liegen im Abfall, entsorgt in verschlossenen Müllbeuteln. Doch sie leben. Aufnahmen aus der sibirischen Stadt Tümen zeigen, wie russische Müllmänner die hilflosen Tiere nahe eines Abfallcontainers entdecken. Sorgfältig holen die Männer die Welpen raus und finden sogar ihre Mutter. Diese lebt nicht weit entfernt von diesem Haus. Sie bringen die Babys zu ihr, sofort nimmt die Mama sie an und verschwindet. Seht bitte, was hier passiert ist. Was sind das nur für Menschen? Es nervt langsam, sagt einer der Männer fassungslos. Scheinbar erleben die Arbeiter immer wieder solche Fälle. Dank ihrem Einsatz haben die Welpen überlebt und die Hundefamilie ist wieder vereint. Hoffentlich müssen sie solche Funde nie wieder machen. Funktionisten jskoll. Joachiko Ich hab' das sehr sehr, dass die Männer da sind, weil die Leute's gebrauchen sind. Wie haben wir gehört? Ich habe facility mit ihnen gehört. Vielen Dank.